Das ist Pelagonium Cultivars Pack Chocolate Cherry, Sachsens Balkonpflanze des Jahres 2018. Das Schokoladenmädchen ist eine aufrecht wachsende Pelagonie mit kirschkorallenfarbenen Blüten. Auch sie wurde am Wochenende in der Gartenerei Witte in der Heuerswader Altstadt bei den Tagen der offenen Tür vorgestellt. Viele Gartenfreunde nutzten die Gelegenheit, sich mit frischem Grün für Garten und Balkon einzudecken. Aber auch um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dazu gab es bei Problemen wichtige Tipps der Profis, die sich viel Zeit nahmen, auch zu den Themen Grabpflege und Gestaltung. Mehr als 300 verschiedene Pflanzenarten sind in der Gartenerei Witte in der Senftenberger Vorstadt zu haben. Besonders spezialisiert hat man sich hier auf Pelagonien, von denen allein 75 verschiedene Arten im Angebot sind. Auch schon traditionell gab es am Wochenende dazu Kaffee und Kuchen für alle, die früh aufgebrochen waren.